Soll ich euch mitnehmen? Mhm. Wohin soll's gehen? Rift dann bitte. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Natürlich. Wenn ich in Riftdorn bin, muss ich mir auf jeden Fall ein Schwarzdorn-Meet gönnen. Allein dafür lohnt sich schon fast die Reise. Tu das, tu das. Haben die auch einen Gemischtwarenladen da? Also einen Kräuterladen? Wenn ja, kann ich hier gucken, ob die zufällig Tollkirsche da haben. Wenn nicht, muss ich vielleicht mal in den Sumpf rennen und gucken, was ich da so angeln kann. Vor allem muss ich gucken, wie viele Nirnwurzel noch fehlen. Ich meine, davon so zwei, drei Stück weiß ich, wo sie zu pflücken wären. Wenn wir schon so rumrennen, ja, dann bitte mit den richtigen Pfeilen. Und nicht mit irgend so einem Blödfug. So welches Haus darf ich denn hier in Riftdorn ausrauben? Genau das Trollfett darf ich nicht vergessen. Schissmodell zu Delvin bringen. Ah. 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 Schneeschattenmänner. Das dürfte nicht so das Problem sein. Vorausgesetzt, ich werde mal nicht... Ich werde mich verarschen. schon wieder. Sauberchen Drachen schießt der denn. Hey Drache! Ich denke, er hat mich gesehen. Hahaha. Ja, er hat mich gesehen. Oh, toll, Kirsche. Gibt es noch mehr davon? Gibt es noch mehr davon? Ist das vielleicht gerade ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, unverhältnismäßig hier Pflanzen zu pflücken, während der Drache da vorne... Nein? Okay, dann mache ich weiter. Ah. Tollkirsche. 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 Müssen jetzt zwölf sein, oder? Genau. Okay, das scheint ein Pfeil für meinen Bogen zu sein. Und für andere Pfeile. Das ist gerade extrem scheiße, sage ich mal. Das sagt meine Gesundheit, die ist noch da. Ah, der Kackdrache ist direkt an mir gelandet. Fokus! Hallo? Meine Steuerung ist gerade dezent beschissen. Um nicht zu sagen, was ist denn jetzt kaputt, ey. Alter! Ich hoffe, das hat sich jetzt wieder eingerenkt, wenn ich wieder drinnen bin. Kommt schon! Wenn ihr Münzen habt, seid ihr am richtigen, hier drüben. Ich halte mich da raus. Bei den Göttern. Schon wieder ein Kampf. Ich mache mich aus dem Staub. Jemand muss etwas unternehmen. Wieso kann doch keiner spielen? Die Weißen sollen... Jemand muss mir helfen. Ist das ein Zauber oder was ist das? Nö, ich bin einfach nur... ...verpackt. Ich schweiche das mal kurz hier hin. ...und... ...lade mich. Das war's nicht. Diese Drache geht mir dezent auf den Sack. Ich lade nochmal das und hoffe, dass ich da wieder normal bin. Ich muss jetzt zwar die ganze Tollkirsche nochmal einsammeln, aber es ist mir gerade egal, solange ich mich wieder bewegen kann. Ich würde eher sagen Plage, weil mein Gott sind die nervig. Kümmert ihr euch mal um die Drachen? Ich sammle wieder Tollkirsche ein. Habe ich gerade umgehauen, das Mistvieh. Und zwar unrettbar. Hä. und für sowas habe ich mein tägliches Ding geopfert. Aber gut. Macht wahrscheinlich unterm Strich dann mehr Sinn. Ich muss mal gleich mal die Tür angucken, die da ist, während die da vorne... Ah! Scheiß! Scheiß Drecksvieh, ey! Jetzt halte ich mich extra von dem Mistding fern und dann fühle ich mich trotzdem. Oh, mein Gott. Na, warte. Okay, und dann bitte ich hier mal das ausgerüstet. Und jetzt würde ich gerne noch mal kurz speichern, damit sich das Ganze auch lohnt. Bogen. Pfeile. Die Dragon, die. Die Dragon, die. Die Dragon. Die Dragon. Ich habe hier noch von euch. Das ist ein ganzes. Das ist ein ganzes. Könnt ihr den mal runterschießen, weil ich glaube, ihr habt besseres Auto eben als ich. Oh, habe ich denn eine Aufmerksamkeit, Drache? Ja? Erwischt. Erwischt. Städte sind echt einer der beschissensten Orte, um zu kämpfen. Ja, impfen. Überall Häuser, auf die er sich raufstellen kann. In irgendeinem Grund, wo er landen kann. Und immer rennt man gegen irgendwas gegen. Das einzige Problem, dass er nicht bedacht hat, ist, dass hier auch neue Wache sind. Mann, hör auf zu brennen. Ich sehe nichts. Das ist ein ganzes. Wir können das Ding nehmen, wenn wir zusammen arbeiten. Okay, der Fall kommt noch nicht mal bis zum Drachen hin. Lassen wir den Scheiß. Genau. Feuer auf den feuerempfindlichen Exerich. Ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Sorry, Mann. Sorry, Mann. Können die mich verarschen, oder was? Ich war's nicht, habe ich dazu zu sagen. Wenn du mir in meinen Schrei reinrennst, ist das nicht mein Problem, du Penner. Ich kann sogar dafür sorgen, dass ich all eure Probleme mit den Wachen in Luft auf... Ist erledigt. Jetzt geht, bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt. Das sind keine besseren Probleme, du Wichser. Siehste, ich habe ihn getroffen. Ich habe sogar Pfeile. Aus ihm wieder rausgerückt. Cool. Ich dachte schon, ich bin total nutzlos. Aber bin ich offenbar nicht, wenn ich ihm etwas Schaden zugesiecht habe. Oh, was ist passiert? Okay. Ich hab das. Ich will mich ein wenigstens. Ich will mich an das noch mal ab. Jetzt geht es mir mal auf, warum du dich bist. Ich kann das jetzt auf dich verraten. Ich weiß, es will mich an das Leben nach oben gewinnen.